Hi, Zim von Tablet.de hier. Wer mich in diesem Jahr gefragt hat, welches Smartphone ich persönlich spannend finde, habe ich öfters geantwortet, dass ich das OnePlus 7 Pro mag. Wieso? Das 90Hz Display dieses Smartphones sind einfach der Hammer. Nun kam mit dem OnePlus 7T eine günstige Variante raus. Ich hätte das Smartphone vier Wochen lang getestet und zeige euch in diesem Video die Features und was ich daran an diesem Smartphone so gut finde. Also, viel Spaß! Das OnePlus 7T kommt mit einem Snapdragon 855 Plus, 128 GB Speicher, UFS 3, 8 GB Arbeitsspeicher und einem USB 3.1 Type-C Anschluss. Neben Frosted Silver gibt es das Smartphone auch in Glacier Blue. Der Speicher lässt sich leider nicht erweitern, aber dafür habt ihr noch einen weiteren Slot für eine zweite SIM-Karte. Das OnePlus 7T hat nun auch ein Triple-Kamera-Setup, wie es schon das OnePlus 7 Pro hatte. Denn wir haben jetzt hier einmal einen Ultra-Weitwinkel, eine normale und eine Telelinse. Allerdings fehlt der optische Bildstabilisator in der Telelinse. Beispielfotos und Beispielvideos habe ich gegen Ende des Videos angehängt. Mir persönlich gefällt es auch sehr gut, dass das Display des Smartphones nicht gekurvt ist wie beim OnePlus 7 Pro. Das verbessert nicht nur die Haptik, sondern das Bild an den Ecken ist auch nicht gekrümmt. Durch die Glasrückseite ist das OnePlus leider ein wenig rutschig in der Hand, aber dagegen hilft die Hülle, die mit in dem Paket enthalten ist. Der Fingerabdruckscanner ist im Display integriert und funktioniert auch immer recht flott. Eine Kleinigkeit, die ich bei den OnePlus-Geräten toll finde, ist der kleine Mute-Schalter. Mit diesem Schalter könnt ihr ganz einfach euren Klingelton ausschalten, auf den Mute-Portions-Modus stellen oder auch auf komplett-Lautlos-Modus. Es ist zwar nur ein kleines Gimmick, aber für mich recht hilfreich. Auf Wireless-Charging müssen wir leider auch bei dem OnePlus 7T verzichten, allerdings kommen wir mit dem neuen Warp Charge 30T Software-Update auf rund 60-65% nach 30 Minuten Akkuladezeit. Das 90-Hertz-Display des Smartphones ist nicht nur super schnell, sondern auch super hell und kann auch bei starker Sonneneinstrahlung gut genutzt werden. Wer die Befürchtung hat, dass das Smartphone zu schnell ausgehen sollte, dem kann ich die Gewissheit geben, dass bei mir in den 4 Wochen Nutzung des Smartphones das OnePlus 7T immer mindestens einen Tag gehalten hat. Selbst im Urlaub, als ich das Smartphone ganztägig als Kameraersatz genutzt habe, habe ich es bis abends noch zurück ins Hotel geschafft, um es rechtzeitig aufzuladen. Eine weitere nette Funktion ist der Zen-Modus. Der Modus ist zwar nicht neu, denn es gab diesen Modus bereits im Vorgängermodell, aber ich finde ihn trotzdem noch ganz gut, deswegen nenne ich ihn hier trotzdem. Diese hilft euch auch mal vom Handy wegzubewegen, denn ihr schaltet eine Zeit zwischen 20 und 60 Minuten ein, in der ihr keine Benachrichtigungen erhaltet. Telefonanrufe gehen zwar weiterhin ein, aber ihr könnt den Zen-Modus nicht ausschalten. Das bedeutet, ihr könnt in diesen 20 Minuten nichts machen und ihr könnt auch mal in Ruhe arbeiten. Selbst Neustart eures Smartphones bringt nichts, denn das Smartphone schaltet sofort wieder in den Zen-Modus ein. Ihr müsst somit diese 20 Minuten abwarten und euer Handy mal zur Seite legen. Und da kommen wir auch schon zu den Lautsprechern, denn wir haben im OnePlus 7T Stereo-Lautsprecher verbaut, die leider ein bisschen übersteuert sind, vor allem in den Höhen, sprich, wenn ihr das Handy zu laut macht, hört ihr es raus. Hier ein Beispiel. Ich habe hier einmal das Huawei P30 Pro, einmal das Samsung Galaxy Note 10 und einmal das iPhone 11 Pro hier getestet. Alle Fotos und Videos, die ich mit diesen Smartphones gemacht habe... Und da kommen wir zum Kameratest. Alle Bilder sind mit der Standard-Kamera-App gemacht. Bei perfekten Lichtverhältnissen sind die Fotos des OnePlus 7T natürlich gut, wobei das ist auch kein Hexenwerk. Im Portrait-Modus ist das wieder ähnlich. Man hat eine schöne Farbwiedergabe und ein schönes Bokeh in die Person herum. Hier noch ein zweites Beispiel zur Verdeutlichung. Als nächstes zeige ich euch Vergleichsbilder der Hauptlinse und der Ultraweitwinkel, denn die Farbwiedergabe des Ultraweitwinkels, welches jetzt folgt, ist ein bisschen knalliger als das von der Hauptlinse. Das habe ich auch noch gleich in einem zweiten Bild für euch. Wir haben jetzt einmal als erstes das Bild mit der Hauptlinse und das Bild darauf ist ein Bild mit dem Ultraweitwinkel geschossen. Man sieht, die Farben sind bei dem zweiten Bild jeweils immer ein bisschen knalliger oder halt ein bisschen kräftiger. Über den neuen Makromodus könnt ihr natürlich auch Makroaufnahmen von Blumen oder anderen Gegenständen machen. Hier habe ich euch zwei Beispielfotos von Blumen angefügt. Das Smartphone fängt an zu schwächeln, sobald die Lichtverhältnisse nicht mehr ganz so gut sind, wie man hier sieht. Man erkennt leider den Himmel so gar nicht, obwohl der Himmel an dem Tag blau war. Und hier ebenfalls. Es war leicht bewölkt und man sieht, das OnePlus hat so ein bisschen Probleme bei mittleren Verhältnissen. Und da kommen wir auch schon zu dem Nachtmodus, den ich allgemein von OnePlus 7T gar nicht so schlecht finde. Aber schaut einfach selbst bei den Bildern. Ich habe die Bilder freihändig geschossen, von daher kommt es natürlich dazu, dass die Bilder teilweise etwas ausgewaschen oder verwaschen sind. Solange noch etwas Licht da ist, sehen die Fotos auch dementsprechend gut aus. Das ändert sich aber, wenn man dann gar kein Licht mehr hat, wie jetzt bei diesem Bild. Da sieht man schon das Rauschen um einiges stärker als bei den Vorgängerbildern, was für mich aber für den Preispunkt noch ganz okay ist. Und da gehen wir auch schon über in den Videomodus. Bei so stillen Motiven schaut das Video natürlich super aus, aber Probleme bekommen wir, sobald wir uns bewegen. Die Bewegungen beim geradeaus gehen werden ganz gut durch die optische Bildstabilisierung abgefangen. Allerdings haben wir Probleme, sobald es in die seitliche Bewegung geht, denn da hängen die Bilder an den Seiten etwas nach. An diesem und an dem gleich darauf folgenden Video erkennt ihr so ein bisschen das Stottern bei der Bewegung von links nach rechts. Dies ist nicht nur ein Problem des OnePlus, sondern auch andere Android-Geräte haben das teilweise auch. Insgesamt ist die Qualität der Fotos und Videos allerdings vollkommen ausreichend für die meisten Verbraucher. Mein Fazit nach vier Wochen ist, dass das OnePlus 7T für mich eines der besten Preis-Leistungsgeräte im High-End-Segment momentan ist. Die Kamera hat zwar ihre Schwächen und Wireless-Charging-Field bei dem Smartphone auch, allerdings bekommt man ein schönes 90Hz-Display und ein tolles Smartphone, günstigen Preis. Für ein UVP in Höhe von 599 Euro erhält man ein Spitzensmartphone mit Abstrichen.